Und jetzt zu Deutschlands First Lady of Jazz, einem echten Weltstar. Barbara Dennerlein, meine Damen und Herren, mischt seit über 30 Jahren die Jazz-Zene auf und sie hat mittlerweile über 20 Alben eingespielt und noch jeden Tag groovt und jammt sie, was das Zeug hält. Man darf ja auch nicht anfangen darüber nachzudenken, weil wenn man anfängt nachzudenken, was spiele ich jetzt da, dann ist es ja schon grundverkehrt, weil dann können die Emotionen wieder nicht mehr so fließen. Meine Eltern sind große Jazz-Fans und ich denke, dass so ein Kind das mit aufnimmt, was es halt vom Elternhaus hört. Ich habe mir nachts mal Jazz-Sendungen angehört, im Bett noch, und war dann so begeistert, dass ich also wirklich schweißgebadet im Bett lag, weil mich die Musik so aufgewühlt hat. Ich habe eine Orgel geschenkt bekommen zu Weihnachten und mein damaliger Lehrer, der hatte zufälligerweise diese Hemmend B3 und da habe ich das als Elfjährige das erste Mal gehört und das hat mich total fasziniert. Dieser Klang hat mich einfach berührt. Das ist der Hemmend Sound, den Barbara Dennerlein zu ihrem absoluten Markenzeichen ausgebaut hat. Aber sie geht natürlich auch immer wieder neue Wege und hat neue Ideen, wie zum Beispiel Jazz auf einer Kirchenorgel. Dann entwickelt sich unter ihren Händen die Orgel zu einem echten Musikkraftwerk. Man kann sagen, zu einem tanzenden Riesen. Ich hatte als Leistungskurs Musik und ich musste meine Abiturprüfung machen mit einem Werk von Johann Sebastian Bach. Und das hätte man normalerweise an der Kirchenorgel spielen sollen, durfte ich aber damals nicht, weil man wusste, dass ich ja Jazz mache. Und das war also damals noch nicht so erwünscht auf diesen Instrumenten. Und man hat mich an keine Kirchenorgel gelassen. Das endete dann damit, dass ich also mit Sondergenehmigung vom damaligen Kultusminister zu Hause bei mir auf der Hemmend Orgel meine praktische Prüfung gemacht habe mit Johann Sebastian Bach. Man muss zu dem Punkt kommen, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss. Also dass man nicht denken muss, was muss ich mit links, mit rechts machen, mit dem Fuß, sondern das muss völlig frei laufen, weil der Kopf muss ja frei sein, um improvisieren zu können. Wenn ich spüre, dass der Fluss da ist, dass es funktioniert, dass es von mir aus super läuft und dass die Leute das auch so empfinden, dass diese Übermittlung der Gefühle, dass das ankommt. Und wenn ich dann am Ende die Leute sehe und sehe strahlende Gesichter und sie stehen auf und applaudieren und sind begeistert, das ist für mich eigentlich ein inheimlich tolles Glücksgefühl, was einem auch so die Energie wiedergibt. Musik 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 Musik